Die ersten Zebras wagen sich über den Fluss. Noch sind keine Krokodile in Sicht. Immer mehr Zebras rücken nach. Das erhöht den Druck, den Fluss zu überqueren. Schon haben sich die ersten Krokodile in Stellung gebracht. Die Zebras wissen, dass höchste Gefahr droht. Doch der Trieb, ans andere Ufer zu kommen, ist stark. Noch überwiegt die Angst. Doch nur ein paar Minuten später hält sie nichts mehr zurück. Das wird in der Tattoo von der Tattoo skulle Richtung Mittag. Und dann, wo sie sagt, dasselbe wie eine Krokodile in Berlin. Ein kleines Zucht hat dann auch einen Krokodil. Die St ouvgen und der Tattoo sind in der Tattoo von der Tattoo. Ihr wisst sich deshalb noch einmal in den Tattoo, dass man sich erkennen. Und dann, wo sie da anruhen ist. Und dann, wo sie der Tattoo sind. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Krokodile können ihre Beute nicht zerbeißen. Sie zerreißen sie vielmehr in einzelne Stücke und schlucken sie als Ganzes runter. Dabei drehen sie sich um die Längsachse, bis ein Stück Fleisch herausgerissen ist. Das kräftigste Krokodil sichert sich den größten Happen. Doch auch die anderen werden noch satt werden, dann, wenn die großen Herden der Gnus den Mara-Fluss erreichen.